Hallo Leute und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer NFC Reihe zum Thema Hacken und Kopieren von NFC Karten am Beispiel von MyFair Classic. Nachdem wir uns im letzten Teil über den Wörterbuchangriff hergemacht haben, werden wir uns in diesem Teil mit dem Nested Angriff beschäftigen. Den Nested Angriff können wir immer dann nutzen, wenn wir über den Wörterbuchangriff nicht alle Schlüssel zum Kopieren der MyFair Classic Karte erhalten konnten. Wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze Schritt für Schritt abläuft, werden wir in diesem Video Schritt für Schritt durchgehen. Falls ihr das vorhergehende Video noch nicht gesehen habt oder auch nochmal einen Blick in die Reihe zum Thema NFC Hacking werfen wollt, hier oben habe ich euch nochmal den Link zum letzten Video eingefügt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und wir starten sofort nach dem Intro mit dem Tutorial. Ich fange jeden Blick ein in der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Witz und Weites verarbeiten wir jeden Tag, sichere die Daten, den Gefahr, die ist kein Spaß. Hier gibt's um Technik immer up to date, Fotovideos, Kameras früh bis zu weh. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand, hier bist du richtig wohl, meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird's deine Story erzählen, der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Fotovideos, das ist unser Spiel, das ist unser Spiel, das uns zusammen decken, das digital gefühlt. Ja, wir starten. Ich habe den Flipper dazu schon mal mit dem PC hier verbunden. Und ich möchte euch schon mal hier zeigen, was ich jetzt sehe. Es ist noch relativ unspektakulär. Ich habe jetzt mal auf der einen Seite den Q-Flipper aufgemacht. Und zwar aus dem Grund, dass ich hier ein bisschen eine einfache Möglichkeit habe, Dateien rauf und runter zu schieben auf dem Flipper. Und auf der anderen Seite habe ich die Flipper App, damit ihr auch seht, was ich hier auf dem Flipper sehe. Wir haben ja im letzten Video die NFC-Funktion gestartet und haben dann festgestellt, wenn ich die Karte hier lese, dass er alle Sektoren durch den Wörterbuchangriff lesen konnte. Da sehen wir auch 32 Key Founds. Wenn ich mir jetzt etwas das Ganze unbequem machen möchte, gehe ich jetzt dazu mal her, gehe in den Ordner SD, NFC, Assets. Und ich habe euch ja gesagt, dass dieses User Dictionary für individuelle Schlüssel verwendet wird. Ich tue mir das Ganze hier nochmal sicherheitshalber runterladen. Und gehe jetzt her und lösche es. Das bitte vielleicht nicht zu Hause nachmachen ohne Sicherung, weil sonst ist euer User individuelles Verzeichnis weg. Ich bestätige das Löschen. Und an der Stelle probiere ich jetzt nochmal die Karte zum Lesen. Wie gesagt, individuelles User Verzeichnis ist weg. Und er sollte jetzt dadurch nicht mehr alle Schlüssel finden. Wir sehen jetzt auch hier, er versucht jetzt in Sektor 1, für den ihm scheinbar noch der Schlüssel fehlt, den ganzen zu anlocken. Er rattert jetzt noch durch die restlichen Wörterbücher, aber er wird den letzten Schlüssel sicher nicht finden. Seit dem großen Update auf Version 1.0 der Flipper Software, auf die auch hier die Momentum Software schon aufsetzt, also Momentum Firmware, viel besser gesagt, wird damit, wenn ich sage, geworben, aber hingewiesen, dass diese Basis-NFC-App, die wir hier ausführen, auch einen zusätzlichen Angriff fahren kann, wenn die Wörterbuchpasswörter nicht erfolgversprechend sind. In diesem Fall haben wir zwar jetzt hier 31 Schlüssel, aber zum vollen Kopieren der Karte fehlt uns noch der letzte Schlüssel. Deswegen immer noch 31 von 32 Schlüssel. In der Doku ist zu entnehmen, dass die App, ich habe es jetzt an der Stelle leider nicht so hinbekommen, aber wenn noch mehr Schlüssel fehlen, sieht man, dass er dann während dem Wörterbuchangriff schreibt, er macht einen Hart-Angriff und er versucht, Non-Sys zu ermitteln. Non-Sys sind im Prinzip durch den Zufallsgenerator der Karte erzeugte Einmal-Codes, die aber über die Rückrechnung zum eigentlichen Sektorenschlüssel führen. Das heißt, über eine größere Anzahl von Non-Sys, die immer wieder von der Karte abgefragt werden, kann man dann durch eine aufwendige mathematische Berechnung den einen ursprünglichen Schlüssel, der zum Verschlüsseln oder zum Schutz, zum Schreib- oder Leseschutz vielmehr von dem Sektor verwendet wird, zurückrechnen, sodass ich, wenn ich ihn berechnet habe, dann daraufhin im nächsten Lesevorgang, wenn ich ihn in mein Wörterbuch aufnehme, dann entsperren kann. Wie gesagt, das läuft jetzt in der neuesten Version nicht ganz so zuverlässig. Ich habe es noch nicht hingebracht, weil angeblich, wenn der dann die Non-Sys ermittelt hat, ich gehe jetzt da mal raus, soll man nach den Vorgaben der Entwickler über die Apps im Bereich NFC danach so dann die MFQ-App starten. Die MFQ-App schauen wir uns im nächsten Video nochmal an, aber unter einem anderen Kontext, aber die MFQ-App soll auch hier bei reinen Non-Sys helfen. Sobald ich jetzt hier auf Start gehe, soll er eigentlich die Non-Sys, die er für diese fehlenden Schlüssel aus der Karte extrahiert hat, anfangen, den Schlüssel über den Weg zu berechnen. Das haut jetzt an der Stelle nicht hin. Falls ihr selber vielleicht das Ganze schon mal gemacht habt oder einen Tipp habt oder wisst, wo mein Fehler liegt, bitte gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich habe schon mehrere Konstellationen ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert. Aber wir nutzen an der Stelle einfach den alten Weg. Und den alten Weg, der auch funktioniert, den möchte ich euch jetzt zeigen, wie wir mit Non-Sys tatsächlich an diese Schlüssel kommen. Dazu möchte ich euch zunächst ein paar Hintergrundinformationen geben. Auf der Flipper-Seite, das ist jetzt die hier von Flipper Lab, kann ich ja die verschiedenen Apps, die ich auf meinem Flipper installieren kann, anschauen. Ich ziehe euch hier auch nochmal die Flipper-App drauf. Da kann man das genauso hier unter Apps machen. Das heißt, ich suche mir hier entsprechende NFC-Apps und kann die auf meinem Flipper installieren, sofern sie nicht drauf sind. Der Witz an der Sache jetzt ist hier, die App, die wir für den Angriff benötigen, ist die Flipper-Nested-App. Sie wird hier auf der Seite ausdrücklich erwähnt, dass sie auch auf der letzten Firmware-Version läuft und ich könnte sie hier auf meinem Flipper, den ich ja bereits angeschlossen habe, installieren. Er lehnt es aber sofort ab, weil er sagt, die Firmware ist nicht kompatibel. Also entgegen dem, was hier steht, ist sie nicht kompatibel und deswegen ist sie auch hier, ich habe jetzt die Firmware 1.irgendwas bei mir drauf von Momentum, finde ich sie auch über die Flipper-App nicht. Das heißt, an der Stelle empfiehlt das Flipper-Team, ein Downgrade zu machen, weil diese Firmware ist lauffähig bis zur Version 0.93. Dazu müsst ihr euch zunächst die Firmware-Datei von der offiziellen Flipper-Seite runterladen. Ich packe euch mal den Link dazu unten mit rein, wie es ja genau zur Version 0.93 kommt. Und dann lädt ihr euch die Flipper F7-Version und zwar die SDK-Version runter. Das ist das komplette Flipper-Package. Wenn ihr das Flipper-Package runtergeladen habt, müsst ihr das ZIP-File extrahieren. Das ist hier das extrahierte ZIP-File und im ZIP-File findet ihr den Ordner F7-Update. Den Ordner F7-Update könnt ihr dann, wenn ihr über QFlipper zum Beispiel verbunden seid, geht ihr auf der SD-Karte vom Flipper in den Ordner Update. Und zieht den Ordner, so wie er ist, in den Update-Ordner rein. Das Ganze habe ich hier auch schon mal getan. Nein, da habe ich es noch nicht getan. Ich habe es auf dem anderen Flipper getan, aber ich kann es jetzt hier mal machen. Das heißt, ich ziehe das Ganze rein. Der sagt zwar, ja, das Ding ist jetzt hier etwas zu groß, aber das stört nicht. Es dauert halt einfach länger. Es hat die Ursache, weil es halt einfach ein größerer Ordner ist. Und damit legt ihr die Basis, dass ihr dann den Flipper direkt über den Flipper downgraden könnt, auf die Version 0.93. Wenn es ihr dann auf dem Flipper seht, ich gehe jetzt wieder mal in die Bildschirmspiegelung rein, könnt ihr, wenn es ihr im Hauptmenü vom Flipper seht, drückt ihr einmal die Taste nach unten, damit ihr seid im File-Browser. Und ihr navigiert es dann in den Update-Ordner, dort, wo wir gerade das Paket reingeladen haben. Da haben wir den F7-Update-Ordner. Da gehen wir rein und ihr startet das Update, oder besser gesagt das Downgrade, indem ihr diese Update-File hier startet. Es sagt das Ganze danach, ob ihr das Ganze starten wollt. Und wenn ihr das Ganze startet, dann bootet der Flipper mehrfach durch und er landet letztendlich in der Version 0.93. Wenn ihr in der Version 0.93 seid, geht es ihr im Prinzip dann entweder über die Flipper-App rein oder eben über die Flipper-Lab-Seite und installiert dann die Flipper-Nested-App. Ihr startet die App aus die... Aus die... Ich zeige es euch noch mal wieder zurück. Wenn ihr im Apps-Verzeichnis seid und geht es unter NFC, habt ihr dann hier an der Stelle die Flipper-Nested-App. Wenn die Flipper-Nested-App gestartet ist, seht ihr relativ lang diesen Bildschirm hier, das dritte Screenshot-Teil, was ihr hier seht, und zwar, dass ihr von den einzelnen Blöcken, also insgesamt allen 32 Blöcken, je Block und je Schlüssel, so sind ja 16 Blöcke mit 32 Schlüsseln, also für alle der 32 Schlüssel, jeweils 256 verschiedene Nonses findet. Über diese jeweils 256 Nonses kann dann letztendlich für jeden Sektor das Schlüssel zurückgerechnet werden. Das ganze Sammeln der Nonses kann bis zu eineinhalb Stunden dauern, je nachdem, wie schnell der Flipper und wie schnell die Karte reagiert. Ich habe deshalb an dieser Stelle schon mal die Nonses mal weggespeichert, die ich da schon mal mit der App gesammelt habe. Er legt dann auf dem Flipper ein Verzeichnis an, einmal diese Nonses, nennen wir sie mal Index-Datei, wo er alle gesammelten Nonses erstmal festhält, inklusive den Unterordner, wo die einzelnen Nonses dann gespeichert werden. Damit wir das Ganze jetzt mal live cracken können, müssen wir diesen Nonses-Ordner in den Ordner schmeißen, wo sie die App entsprechend ablegen würde. Und zwar gehen wir da wieder in den Queue-Flipper, gehen wieder in den Ordner NFC. Und da gibt es den versteckten Ordner, versteckte Ordner gehen wir punktlos, den Ordner Punkt nested. Und wenn man die Flipper-Nested-App durchlaufen lassen hat, dann, ich ziehe es jetzt mal einfach hier rein, dann legt er eben diese Index-Datei plus den Ordner mit den Nonses entsprechend an. Damit wir jetzt aus den gesammelten Nonses auch die Schlüssel berechnen können, müssen wir noch eine App auf dem Rechner installieren. Diese App ist die Flipper-Nested-Recovery-App. Ihr bekommt dazu auch nochmal den Link unten in der Videobeschreibung rein, wo ihr diese App findet. Die ganze ist auf GitHub gehostet. Und wenn man sich dort die Readme-Datei anschaut, sieht man auch, dass man die relativ einfach per Pip in die Python-Umgebung installieren kann. Das Ganze habe ich bei mir schon mal vorbereitet. Ich habe die Flipper-Nested-App über Pip installiert und die Flipper-Nested-App wird über Python3-M für Modul Flipper-Nested gestartet. Wichtig ist an der Stelle, diese Python-Flipper-Nested-App braucht exklusiven Zugriff auf den Flipper. Was bedeutet, ich muss zunächst Q-Flipper schließen, weil sonst kann diese App keine Verbindung zum Flipper herstellen. Ich drücke jetzt Enter und dann wird diese App automatisch den Flipper suchen, in das Nested-Verzeichnis reingehen, schauen, ob wir Nounces gesammelt haben und anfangen, diese Nounces zu cracken, die Passwörter zu ermitteln und diese dann in die Wörterbücher zurückschreiben. Dazu brauchen wir aber dann noch einen Schritt in der Nested-App, aber wir starten jetzt einfach mal mit dem Cracking-Vorgang. Ich drücke auf Enter und wir sehen jetzt hier Checking Nounces. Und zwar ist das genau die UID von dem Ordner, den ich drauf kopiert habe und er fängt sofort an mit den verschiedenen Keys, mit dem Brute-Forcing. Er hat jetzt die Keys Typ A, sprich die lesenden Schlüssel, die kann er relativ schnell berechnen. Die A-Schlüssel gehen immer relativ schnell. Wir sehen, er geht jetzt Sektor für Sektor durch und wir sehen unten immer Found One Keys und das ist der jeweilige Key von dem Sektor. Er macht das Ganze jetzt hier durch, Sektor für Sektor. Das Ganze läuft dann bei den B-Schlüsseln genauso, bloß die Berechnung der B-Schlüssel, die für den Schreibvorgang zuständig sind, dauert hier wesentlich länger. Das Ganze hat auch hier nochmal den Nachteil, dass das Ganze über Python läuft. Python im Single-Core-Modus, das heißt, er nutzt ja maximal einen Prozessorkern. Wenn wir diesen Nested-Angriff uns in späteren Videos mal auf dem Proxmark 3 anschauen, wird das Ganze direkt in C, in Multicore mit voller Rechenleistung berechnet und da sind wir nochmal um Welten schneller, als wir diese Python 3-Implementierung von dem Nested-Cracking-Tool hier. Wenn wir dann die einzelnen Keys recovered haben, können wir dann in der Flipper-Nested-App das Ergebnis abfragen. Dazu gibt es dann in der Flipper-Nested-App nochmal einen Menüpunkt, der heißt hier unten Check Found Keys, wo dann letztendlich die durch diese PC-Anwendung gecrackten Schlüssel dann auch dem Wörterbuch hinzugefügt werden. Wenn die Keys dann dem Wörterbuch hinzugefügt haben, kann ich wieder ganz normal über die Read-Funktion in der NFC-App dann mit den jetzt vorhandenen Schlüsseln die Karte komplett auslesen und klonen. Das ist der Nested-Angriff, der aber letztendlich nur funktioniert, wenn wir mindestens einen gültigen Schlüssel bereits für die Karte ermitteln konnten. Haben wir eine Karte, die komplett 32 unbekannte Schlüssel nutzt, dann können wir mit dem Nested-Angriff hier leider überhaupt nichts ausrichten. Dazu müssen wir uns mit einem Hilfsmittel dann behelfen und zwar brauchen wir dann zu der Karte den passenden Leser dazu, weil dann müssen wir uns mindestens einen Schlüssel vom Leser besorgen. Wie wir das machen, schauen wir uns im nächsten Video an und zwar ist das der sogenannte MFK32-Angriff. Dazu brauchen wir wie gesagt einen Leser und über diesen Leser werden wir uns dann einen Schlüssel besorgen. Wie das Ganze funktioniert, wie gesagt, im nächsten Video, wenn ihr keine Videos verpassen wollt und auch über die neuen Videos informiert werden sollt, bitte abonnieren und auch die Glocke drücken, dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos aus dieser Reihe zu diesem doch sehr interessanten Thema nicht mehr. Vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.